hallo freunde und herzlich willkommen hier auf meinem kanal und während europa geschlafen hat ist in der welt da draußen vieles rund um crypto passiert wir werden diese themen nach und nach durchgehen es geht zum einen um den weltweiten trend der legalisierung von bitcoin und auch anderen crypto währungen und damit auch eine krasse krasse massenadaption auf den markt es geht um die zukunft der finanzierung also finanzen und um dezentralität was damit eigentlich gemeint ist wir haben dabei auch die ausschreitung von kanada und warum eigentlich jetzt die leute in einem land wo eigentlich so gut wie gar keine inflation herrscht jetzt auf crypto währungen übergehen um genauer zu sein auf bitcoin übergehen wir haben noch ein zwei news in bezug auf open sea denn open sea war der ausschlaggebende grund warum bitcoin nach unten gerauscht ist und somit aber auch alle anderen altcoins mit nach unten gezogen hat und wir haben zu guter letzt eine überaus starken preisziel in bezug auf cardano 58 dollar bis zum jahre x und das ganze geben wir in und auf meinem kanal einmal durch herzlich willkommen wenn dir das video gefallen haben sollte hinterlass mir gerne eine bewertung in den kommentaren beziehungsweise auch ein like und solltest du es nicht gemacht haben freue ich mich natürlich auch über dein support in form der abos und wir steigen direkt einmal ein es geht um den weltweiten trend der legalisierung von bitcoin wenn es um die frage nach legalisierung von bitcoin in bezug auf russland und generell auch um die legalisierung von kryptowährungen geht dann will das finanzministerium generell eine schaffung eines rechts und regulierungsrahmen für legal aktivitäten im zusammenhang mit transaktionen und ausgabe von digitalen währungen fordern es ist ein richtiger schritt in die richtige richtung ganz klar weil el salvador und auch ukraine erst vorgemacht haben und jetzt mittlerweile machen es auch viele länder nach eine massenadaption findet mittlerweile auch statt und der gesetzentwurf selbst soll laut medienberichten in den kommenden drei wochen veröffentlicht werden und nachdem der gesetzentwurf dann auch da ist müssen natürlich die einzelnen abgeordneten darüber abstimmen ob die legalisierung von bitcoin in die wege geleitet werden soll oder nicht in der eu sieht das ganze so ein stück weit anders aus dass abgeordnete mehrere fraktionen im eu-parlament sich am 7 februar ein entwurf für ein krypto gesetz eingebracht haben der seit dem 15 februar öffentlich vorliegt ich finde generell auch wenn es jetzt eine kontrollinstanz geben soll und das ist das was die eu auch fordert sie wollen mehr kontrolle haben ist das eine sehr sehr gute art von regulierung also man kann zwar ist bitcoin dezentral aber eine regulierung in dem sinne ist erstmal was ganz ganz gutes weil es einen rechtsrahmen bekommt und weil eben die legalität damit auch irgendwo auch einher geht im mittelpunkt steht die altbekannte sorge wonach bitcoin ein mittel zur geldwäsche und terrorfinanzierung sei also das ist auch tatsächlich ein gerücht an dieser stelle denn wenn wir uns die money laundering also die geldwäsche von krypto und fiat uns einmal anschauen dann sehen wir einfach nach dieser studie 2009 10 es mehr terrorfinanzierung und auch geldwäsche in bezug mit fiat gab als mit krypto und ich glaube zu wissen dass fiat weiterhin anführer ist in dem punkt wenn es um geldwäsche geht und krypto nicht so sehr für illegale verwendungszwecke auch genutzt wird natürlich hat man immer so ein stück weit ein ausschlag wenn es um geldwäsche oder sonst was geht aber insgesamt ist fiat hier weiterhin führend und auch anonyme zahlungen wären nur noch peer to peer zwischen lokale wallets ohne drittanbieter möglich denn natürlich kann ich irgendwo die sorge der anonymität verstehen weil es eben auch dezentral ist und natürlich hat man dann prozentual immer eine wahrscheinlichkeit dass das ganze für illegale machenschaften genutzt werden kann bloß man muss sagen bitcoin ist nicht anonymisiert sondern bitcoin ist pseudonymisiert man muss nur wissen zu wem die einzelnen chain ids gehören zu welcher person das ganze zugeordnet werden kann wenn es um indien geht bleibt indiens zentralbank zum stück weit skeptisch denn während die regierung kürzlich den weg für die legalisierung von bitcoin und co frei machte hält die indische zentralbank weiterhin dagegen denn bei einer legalisierung von bitcoin warnte die indische zentralbank für desaströse folgen für das indische finanzsystem und ich frage mich immer noch welche desaströsen folgen damit auch einhergehen würden ukraine hat es vorgemacht und am donnerstag wie gesagt 17 februar verabschiedeten sie ein gesetz wo bitcoin und auch kriptowährung legalisiert werden und auch die emirate will in diesen punkto mit einsteigen und lanciert eine kripto initiative bei dem die arabischen emirate lizenzen für ausländische firmen vergeben möchten die mit bitcoin und auch kriptowährungen eben auch operieren können das ist für mich eine wunder wunderbare sache wir kommen zu der zukunft der finanzen denn mittlerweile ist auch bei us banken der trend einhergegangen dass viele viele banken in der usa mit kripto depot banken zusammenarbeiten und da merken nämlich schon die banken auch langsam dass da ein trend mit einhergeht und banken haben zwei möglichkeiten wenn ein trend und ein bedürfnis seitens der kunden da ist dann haben die banken zwei möglichkeiten entweder sie steigen mit ein und verdienen damit auch ihr geld oder sie lassen es und die kunden die den wunsch nach kriptowährungen haben gehen woanders hin ja mittlerweile sieht man da so ein stück weit die transformation der banken der klassischen banken wie sie langsam und sicher mit auf die schiene von kriptowährungen übergehen denn insbesondere im vergangenen jahr gab es einen hohen zustrom von finanzinstituten die die verwahrung von kriptoassets unterstützten und dazu gehört auch die bank of new york mellon die im februar 2021 repliene bitcoin mit anderen kriptowährungen auch verwahrungsverwalter im namen ihrer kunden zu halten zu übertragen und auszugeben viele andere banken wollen sie mittlerweile mit der schweiz zusammenarbeiten und damit in kooperation treten und man sieht insgesamt hier ein starkes starkes interesse wirklich ein sehr interessanter artikel kannst du gerne einmal durchlesen auch hier nochmal die info wenn die kunden nachfrage vorhanden sind werden die kunden wege und mittel finden wie sie ihr bedürfnis befriedigen können wenn es um kriptowährungen geht und wenn die banken es nicht machen machen oder gehen die kunden woanders hin zu kanada aktuelle ja krasse krasse ausschreitung aktuell und erstaunlicherweise heben sehr sehr viel kanadier geld von ihrem konto ab um das ganze in bitcoin zu investieren aber wie kann es sein dass ein land wie kanada die so gut wie wenig inflation haben auf ein volatiles gut wie bitcoin zugreifen denn da ist nämlich die der schwerpunkt und somit auch der vorteil von bitcoin seine dezentralisierung und das ist es nämlich und aktuell wenn wir jetzt mal einen schritt zurückgehen durchläuft kanada eine reihe von protesten die im rahmen mit covid zusammenhängen die im rahmen mit mit aufforderungen zusammenhängen der höhepunkt der proteste war dass beamte angekündigt haben dass bankkonten von menschen einfrieren können die die straße blockieren also ohne wenn und aber das einfrieren von bankkonten denn schlimmer noch ist der plan häftlinge in ein fehlverhaltensakte aufzunehmen wodurch sie sehr sehr viele wenn sie in dieser akte reinkommen von sehr sehr vielen transaktionen auch soweit ich das gelesen habe den zugang zu bestimmten arten von beschäftigung verwehrt werden und sie werden quasi als terroristen betrachtet und das ist natürlich extrem extrem krass aber konzentrieren wir uns auf den punkt der zentralisierung einmal denn das ist es nämlich auch was bitcoin ausmacht denn die dezentralisierung es kann dir keiner deine bitcoins wegnehmen wenn du deine private keys hast und bei banken ist es nämlich der fall dass hier ohne wenn und aber dein bankkonto eingefroren werden können und damit gehen sehr sehr viele leute aus angst davor dass ihr bankkonto eingefroren denn deswegen gehen sehr sehr viele leute aus angst dass ihre bankkonten und auch damit ihr erspartes eingefroren werden können über zu bitcoin weil es eben nicht beschlagnahmt werden kann und das ist nämlich doch das was bitcoin hier auch auszeichnet denn insgesamt halte ich solche ausschreitungen auch solche situationen für ja ich sage mal positiv für bitcoin und generell um die legalisierung von kryptowährungen denn es geht nämlich darum ein staat wird nicht von sich aus bitcoin und co legalisieren denn es geht alles vom bürger aus und von den bürgerinnen denn wenn insgesamt eine hohe nachfrage nach kryptowährungen auch bitcoin einhergeht ist es aktuell überaus einfach bitcoin zu kaufen man hat schon bitcoin hunderttausend mal für verboten erklärt aber insgesamt gibt es immer noch mittel und wege wie man an bitcoins rankommt und das ist nämlich die macht der dezentralisierung und dann wird nämlich auch eine regierung sagen hey dann legalisieren wir das ganze und dann haben wir auch wenigstens was davon ob es jetzt irgendwelche steuern sind oder sonst was oder irgendwelche getaways wo einfach eine staatliche apparat dazwischen geschaltet ist keine ahnung aber das wird auf jeden fall dazu sorgen den bitcoin auf dem markt hin attraktiver zu gestalten und positiv natürlich für die dezentralität eben auch zu sein ja werde ich auf jeden fall weiter verfolgen wie sich das ganze entwickelt aber ich denke mal das wird alles erst mal im guten ausgehen und zweitens dass das bitcoin nur zugute kommen wird wir gehen einmal auf open sea ein open sea laut forbes wurde in den letzten tagen ja vermeintlich gehackt es hängt tatsächlich viel mit phishing zusammen denn ich habe nämlich auch von open sea einige phishing mails bekommen oder vermeintlich über open sea dass irgendwelche burrored apes bei mir für 20 30 eth verkauft worden sind so ich habe aber keine burrored apes deswegen wusste ich das auch dass es phishing ist aber vermeintlich oder womöglich weil er eben auch sehr viele burrored apes damit auch unrechtgemäß den eigentümer gewechselt hat glaube ich schon dass durch diese phishing attacke sehr viele leute leider darauf reingefallen sind insgesamt wurden drei millionen us dollar über open sea gestohlen darunter auch burrored apes yacht club sammlungen und die wurden dann direkt auf open sea versucht zu verkaufen mittlerweile wurde also es ist zwar kein richtiger hack aber es ist ein eine phishing attacke gewesen wo leider leider mehrere leute darauf reingefallen sind deswegen leute fallt nicht auf irgendwelche phishing mails rein gibt am besten nicht eure privat e mail adresse wenn es um open sea geht oder sonst was ich habe bei mir eine crypto e mail adresse wo ich nur rein gucke wenn ich irgendwelche wirklich e mails erwarte und dann gucke ich da rein aber ansonsten wenn ich das mit meinem privat handy mache und du klickst einmal drauf dann ist es schon vielleicht zu spät wenn man einmal schon drauf geklickt hat und da irgendein virus infiziert worden ist und somit dann deine passwörter ausspäht wie auch immer also wirklich leute passt auf auf keine links klicken wenn ihr eine e mail erwartet dann checkt das ganze doppelt und dreifach wir kommen zum schluss zu cardano denn das preisziel von cardano bis 2030 ist laut being crypto.com 58 dollar müssen wir natürlich einmal anschauen woran sie das festmachen denn insgesamt wurden hier 33 fintech spezialisten befragt um zu sehen was cardano noch bevorstehen könnte und das gremium war einer meinung dass der preis von cardano bis zum jahre 2022 also ende diesen jahres ein preis von 2 dollar 79 erreichen könnte und somit aber auch zehn prozent weniger als das letzte all time high aber wenn wir noch mal einen schritt voraus gehen und die einzelnen meilensteine in betracht ziehen dann gehen die einzelnen spezialisten davon aus dass bis zum ende des jahres 2025 ein wert von 8 18 erreicht wird und bis zum jahre 2030 einen wert von 58 dollar und ja ich weiß leute die marktkapitalisierung ist immer ein ganz ganz großes thema bloß man kann solche sachen nicht anhand von marktkapitalisierung festmachen denn wer sagt und das ist nämlich auch ein punkt was viele viele nicht berücksichtigen zwar ist stand jetzt wenn cardano einen wert von 58 dollar erreicht wäre es natürlich viel mehr wert als bitcoin ganz klar aber wer sagt dass bis zum jahre 2030 bitcoin noch bei dem selben bei derselben marktkapitalisierung noch bleiben wird also selbst das wird sich womöglich auch verzehnfachen keine ahnung wenn jetzt alle länder mit hinterher ziehen und bitcoin legalisieren und insgesamt bitcoin sein sein all time high in der geschichte dieser welt mit erleben wird wer sagt denn dass 58 dollar nicht möglich sind also ich bin da wirklich sehr sehr optimistisch ich mache solche werte wenig anhand von marktkapitalisierung fest weil eben ja der bitcoin also die leitwährung mit bitcoin ja auch mit steigt im laufe der zeit deswegen mache ich bei solchen sachen die marktkapitalisierung lasse ich so ein bisschen außer acht und bin gespannt wie sich das ganze entwickeln wird 58 dollar wird auf jedenfalls für sehr 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 viele millionäre sorgen aber bis dahin werden bestimmt auch die ein oder anderen leute bei fünf dollar bei zehn dollar verkaufen dann wird es von zehn auf fünf dollar wieder runter rasen und die leute werden bei der nächsten gelegenheit wenn der preis gerade mal so in ordnung ist dann auch wieder verkaufen also bis zu diesem weg wenn du da durch hordeln kannst meinen respekt hast du auf jeden fall weil einfach ich weiß was ein harter weg das ist wenn man etwas durch hordelt und ja die die einzelnen befragten spezialisten gingen davon aus dass der vermögenswert von cardano die smart contract sind und auch die defi stabilisierung beigt oder für die defi stabilisierung auch beitragen kann es ist wirklich ein unterschätztes vermögen wert und somit auch ein schlafen der riese für zehn prozent der einzelnen teilnehmer glauben dass da zu den besten investments im jahre 2022 gehören und grund dieser aussage warum jetzt cardano die beste investition seit 2022 in 2022 sein kann ist der umstand dass da auch ein hohes maß an sicherheit bietet die korrektheit und auch die dezentralisierung und den mittelpunkt gestellt haben da muss man natürlich jetzt gucken wie sich das ganze entwickelt ich persönlich halte keine aber ich verfolge dieses projekt mit weil ich es überaus spannend finde auch mit der vision in afrika wie sich das thema smart contracts über cardano eben auch verhält finde ich stark ich bin tatsächlich auch in sehr vielen projekten über investiert deswegen habe ich einfach keine kohle da irgendwo weiterhin mich zu investieren ich hoffe die hat die dieses kurze review gefallen ich würde mich riesig freuen wenn ich von dir eine bewertung in den kommentaren unten bekommen könnte und wenn du es nicht gemacht hast gerne auch ein abo da lassen damit du da auch in zukunft keine weiteren videos mehr verpassen solltest und für die leute die es nicht wissen ich werde donnerstag oder jeden donnerstag live gehen sei einfach dabei kannst deine fragen live stellen und wir werden ganz entspannte runde gemeinsam haben mach's gut dein hugo von der tryptosphäre